Hallo, ich bin Tara Pinke, stinkreicher Archäologen. Ist ja toll. Jetzt laufen wir herum und suchen nach atemberaubenden, verlorenen, verborgenen Tempeln. Du brauchst nicht förmlich sein, nenn mich einfach Lady Pinke. Oder einfach Lady Pinke. Ah ja. Was haben Sie davon gehört? Verrückt ist gar kein Ausdruck. Da ist dieser durchgeknallte und erfolglose Show-Hypnotiseur namens Lord Crowley. Er hat hypnotisierte Raufschlägerwürmer. Es begann alles, als meine Wenigkeit ein magisches Artefakt mit dem Namen Steinkarotte fand. Ach du Scheiße. Meistens hat bei der Ausstellung Wind davon bekommen und sie sich geschnappt. Er versucht, ihre magischen Eigenschaften zu enträtseln. Wenn ihm das gelingt, wird ein Wurm-Universum für alle Ewigkeit seine Spielwiese sein. Ich werde dir von meinem bescheidenen Zuhause aus helfen. Es heißt Pinke Mena. Äh. Nein. Ich denke da nicht an andere Spiele. Nein, nein. Meine größte Hoffnung besteht darin, dass goldene Kind der Wurmkunde... Ach du Scheiße. Als Kind... Nein, das Kind hat seltsame telekinetische Kräfte, die Messmaß-Einfluss-Widerstand leisten. Ich habe die Überwachungskameras des Museums gehackt und kann alles im Auge behalten. Pass auf, dass du nicht alles dem Erdboden gleich machst. Ich doch nie. Ähm, ja. Es fängt ein bisschen abrupt an, aber ich würde sagen, willkommen bei Worms Clan Wars zusammen mit Morty. Hallo. Und Nonek. Hallo. Nonek hat uns das Spiel gesponsert. Ja. Weil er wollte, dass wir Worms spielen. Ich bin ja ein Gutmensch. Ja. Zur Information, ich habe noch nie Worms gespielt. Ich weiß natürlich theoretisch, worum es geht. Also man spielt Würmer und versucht sich gegenseitig in Luft zu jagen. Das ist dann auch alles von meinem Hintergrundwissen zu Worms. Dementsprechend wurde mir gesagt, kommt jetzt gleich das Tutorial. Ich habe deswegen auch den Ton ausgemacht, weil mir gesagt wurde, ich kann ihn vorher nicht einstellen und ich werde gleich ins Tutorial geworfen und da ich das nicht wollte, weil es sehr laut sein soll. Äh, okay, warte. Da wirst du ja... Oh, so wie du aussiehst, wärst du... Boah, ist das schnell! Das da drüben ist einer der feindlichen Schläger. Ich fürchte, wirst du ziemlich alle Bösewichte ausschalten müssen. Vergiss nicht, dass wir dieses uralte Artefakt, die Steinkarotte von Mesmer, zurückholen müssen. Sonst werdet ihr alle zu seinen Sklaven. Dann musst du ihn insgesamt töten und... Ja, genau. Also. Steuerungs links, rechts, kannst du nicht... What? Ach, du Scheiße, okay. Ich bewege mich. Ist ja toll. Mit Shift... Shift links, um zu springen. Ach, du Scheiße. Das kannst du einstellen in den Steuerungsoptionen. Also nur das linke Shift drücken, nicht Shift link, sondern wirklich nur das linke Shift drücken. Ach so, okay. Um schnell einen... Um schnell einen Salto zu machen. Zweimal Shift drücken. Halte link... Was? Ah, okay, okay. Sammle diese Waffenkiste ein. Der ist doch böse, oder? Der hat einen Knochen. Mit Shift rechts wählst du eine Waffe. Mit links, rechts kannst du hoch und runter navigieren. Ah, okay. Sehe ich, sehe ich. Ich habe hier eine Faust. Und jetzt stell dich deinem Feind und drücke Leertaste. Der ist jetzt tot. Was zur... Und ich soll jetzt auch da runter, aber dann ertrink ich doch. Nein, tust du nicht. Nein, du ertrinkst doch ganz langsam Wasser. Kriegst, glaube ich, fünf Schaden jede Runde. Töte diesen Wurm. Bei anderen Wurmspielen wärst du ertrunken, bei diesem anscheinend nicht. Ich habe auch ein Springseil. Was macht denn ein Springseil? Ich denke, damit kannst du ein Seil und damit kannst du springen. Und irgendwie dich am Seil festhalten, weil es dann ein Springseil ist. So, und dann drücke ich... Mist, ich habe ihn nicht getroffen. Und ich darf ihn nur einmal treffen. Wow, wieso ist er denn jetzt explodiert? Wenn du mir Schaden machst? Ja, aber... Du musst ihn ja nicht genau treffen. Das heißt, du in der Umgebung einen Bazooka triffst oder so, ne? Aber ich habe keine Bazooka. Was hast du denn genommen? Achso, ich drücke... Na, ich habe... Na, so eine Faust. Ja, die macht ja Schaden, ne? Was ist das? Sammle diese Gegenstandskiste. Mit Shift rechts. Ja, okay. Wähle das Ninja-Seil. Ist das das Ninja-Seil? Oder ist das da unten? Na, nein, das ist das Ninja-Seil. Wenn du länger auch so im Teil drauf bist, beim Rechts-Tab, dann siehst du, was es weiß. Also dann siehst du einen Namen. Was... Dieses Ninja-Seil ist bestimmt, dann kann ich mich irgendwo... Kannst du wo hinschießen, dann kannst du dich quasi daran fest durch die Gegend hangeln. Das ist wie so ein Enter-Haken. Ja, das dachte ich... Mir... Aha, und jetzt ist hier ein Kontrollpunkt. Und wieso sitzt der in so einem Loch drinne? Wer? Na, der Gegner. Ja, weiß ich nicht, wo die Gegner sitzen. Vielleicht ist er einfach in ungünstigen Positionen. Wollte ich mal vom Loch aus ansehen. Durch einsammeln eines Kontrollpunkts. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Okay. So. Und wie töte ich den da jetzt? Oh! Das hat mir ja gar nichts gebracht. Nun lasse ich den halt in Ruhe, wenn er da in seiner... Nur die Einwürmer sind für dich gefährlich. Die grünen, glaube ich, nicht. Die sind... Deko. Ja. Beziehungsweise sind Freunde von dir, glaube ich. Was war dieses Doppelt? Hm? Ach nee. Doppelstipp? Was? Ach, ich habe auch nur Zeit, um irgendwo hinzulaufen, bis die Sonne untergeht, ja? Also im richtigen Spiel hast du eine gewisse Anzahl von Zeit, die du laufen kannst, deine Aktionen machen kannst. Du kannst ja nur einmal irgendwie eine Fähigkeit benutzen und nach der Fähigkeit hast du noch mal ein paar Sekunden Zeit, um irgendwie wegzurennen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Bombe legst, damit du irgendwie noch ein bisschen wegkommst. Aber das wird ja auch unten angezeigt, inklusive dem Wind. Was für den Wind? Wenn du eine Gradat höheres musst du auch mit einberechnen, ne? Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Uzi. Oh. Irgendwer hat die Konversation verlassen. Hm? Morty. Und der hat sich jetzt selbst in Luft gejagt. Was ist das denn für ein Trottel? Hm. 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 Kamera mit acht Ziffernblock. Was? Hm. Was ist das? Ach so. Ach so. Ah, okay. Ach du Scheiße. Aber sonst seid ihr noch ganz knusper oder wat? Warte. Warte. Das. Luftangriff. Auswählen. Na dann probieren wir aus. Dieses Umherschwenken mit 8, 4, 6 und 2 kannst du glaube ich auch mit der Maus machen, ne? Ja. Das weit ich weiß. Habe ich jetzt gewonnen. Super. Das ist ja toll. Weiter. Jetzt kommst du endlich ins Hauptmenü, ne? Alte Schwede. Achtung. Hallo. Ich bin Miss Tara Pinkel. Superreiche Grabräuberin und historischer Hooligan. Wir haben da ein kleines Problem beim Museum, bei dem du uns helfen könntest. Nichts besonderes. Ein durchgedrehter Showhypnotiseur, der es auf die Weltherrschaft abgesehen hat. Okay. Achtung, Lord Crowley Mismar, klingelt es da? Bei mir auch nicht, aber er hat Steinkarotte, ein altes magisches Artefakt, gestohlen, das den Betoneseel vor Ewigkeiten dazu gebracht hat, die Wormswelt zu erschaffen. Den Betoneseel. Die Karotte verstärkt seine Macht und er hat Unmengen hypnotisierter Trotteln, die bei den Ausstellungen und Dioramen herumlungern. Wäre super, wenn du dich um sie kümmern könntest. Bist du bereit dafür? Guter Wurm. 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 Wurm.